Ein Pluraletantum im Plural stehend und Tantum nur oder Pluralwort ist ein Substantiv, das ausschließlich im Plural gebräuchlich ist. Der Plural von Pluraletantum lautet in der Fachsprache Pluraletantum. Der Duden verzeichnet außerdem die Form Pluraltantums. Anwendung Beispiele für Pluraletantum in der deutschen Sprache sind Ferien, Kosten, Leute, Azoren, Tropen und einige weitere geografische Bezeichnungen. Besondere Fälle Manche Wörter sind zwar überwiegend in der Mehrzahl gebräuchlich, regional jedoch auch in der Einzahl. Beispiel, zu Trümmer gibt es in Bayern und Österreich den Singulatrum. Punkt. Ein Sonderfall ist der Plural Leute für einige Zusammensetzungen mit Mann und Frau, Seeleute, Seemann. Landsleute, Landsmann, Hauptleute, Hauptmann, Kaufleute, Kaufmann, Kauffrau. Ombudsleute, Ombudsmann, Ombudsfrau. Ob es sich bei Seeleute und so weiter um Pluraletantum handelt, hängt von der genauen Definition ab. So stuft der Duden Seeleute zwar als Pluralwort einst zur Bedeutung wird jedoch angegeben, Plural von Seemann. In grammatikalischer Hinsicht ist Seeleute also ein Pluraletantum nicht jedoch auf der Bedeutungsebene, Singularbildung durch Komposita. Ein dem Singular entsprechender Sachverhalt kann bei Pluraletantum häufig durch eine Zusammensetzung ausgedrückt werden. Die Eltern, der Elternteil, die Geschwister, der Geschwisterteil. Die Ferien, der Ferientag.